ja herzlich willkommen zu einer kleinen sonderfolge gegenwart in zukunft und ich hatte gesehen die mesos hatte ein video veröffentlicht über das nubert atm modul und ja er hat das technisch so ein bisschen ja ich sag mal zu einfach erklärt und ich hatte die kommentare unter dem video gesehen da waren doch so einige fragen aufgekommen und da ich ja nubert fan seit über 20 jahren bin viele dieser module auch besessen habe vor jahren voran für einige nubert lautsprecher habe ich mir dann doch mal überlegt ein kleines technisches video dazu zu machen und eine kleine erläuterung vielleicht für den einen oder anderen der interesse an so modul hat und es einfach auch erstmal in technischer hinsicht verstehen möchte ja dann haben wir hier mal die die aktuelle beschreibung auf der nubert webseite ist die verfügbar vom atm modul geöffnet und ja das atm modul gibt es bei nubert eigentlich schon seit über 20 jahren heute gibt es noch zwei module im sortiment und zwar einmal das atm modul für kompaktboxen und einmal das atm modul für standboxen früher war das so dass nubert zu jedem einzelnen lautsprecher den sie im sortiment hatten also egal ob es eine kompaktbox aus serie x oder eine kompaktbox aus serie y gab es gab zu jedem jedem lautsprecher gab es ein separates atm modul das heißt vor einigen jahren waren waren im sortiment immer das gleiche kästchen so wie jetzt auch auf dem bild aber es war für jede box entsprechend eingestellt beziehungsweise abgestimmt es ist heute nicht mehr so heute gibt es wie gesagt nur noch ein allgemeines atm modul für kompaktboxen von nubert und von fremdherstellern und eben auch ein atm modul für standboxen von für nubert lautsprecher oder für fremdhersteller früher konnte man das atm modul aus gewissen gründen wo ich nachher noch darauf komme oder die verschiedenen atm modul die es früher gab konnte man dann eben für fremdprodukte für fremd fabrikat für fremde lautsprecher nicht so gut benutzen das ist heute eben nicht mehr so heute ist es ein allgemeines modul und man sieht es hier schön auf der ersten seite hier von der anleitung also schönes kleines kästchen mit einer ja schön massiven front und ist relativ hochwertig also sogar sehr hochwertig gebaut auch die einstellung der schalter wenn man sie wenn man sie regelt dass die rotimeter das ist alles sehr sehr ordentlich gemacht und ja was man schon mal erkennen kann es ist also eine art equalizer mit aber gewissen funktionen und speziellen eigenschaften die ein normaler equalizer oder normale equalizer einstellungen die man so an verstärkern et cetera machen kann die es eben nicht so macht sondern ein bisschen anders und was man hier so auf der linken seite sieht ist er erst mal ein mitten höhen regler also für den mittleren frequenzbereich und für den hohen frequenzbereich dann gibt es einen zweiten schalter hier der sich halt von minimum bis max und linear einstellen kann kommen wir aber noch zu und es gibt ein bass eq schalter der sich hauptsächlich eben für den bass ja der für den bass eben benutzt wird auch im bereich von min bis linear und max einstellbar ist und dann gibt es noch ein select wahlschalter wo man drei quellen quellgeräte die man an das atm modul per chinch anschließen kann eben auswählen kann das erstmal so ganz grundsätzlich es gibt also auch keine fernbedienung an diesem modul sondern man steht halt auf und stellt diese dinge ein das muss man in diesem fall akzeptieren es ist nicht über fernbedienung steuerbar so dann gehen wir mal hier so ein bisschen weiter kommen so ein paar ja die üblichen sachen dann eben hier nochmal dass es also ein kompakt box modul gibt und eben eins für stand laut sprich also dann wird hier nochmal die vorderseite beschrieben wie ich gerade gesagt habe die die regler eben eingangsschalter die leuchtdiode dass eben der betriebszustand angezeigt wird auf der rückseite gibt es einen speziellen also gibt es netzteil natürlich bei einem speziellen drei pin stecker das war früher schon so es gibt ein ein und ausschalter man kann das ganze ding also an und auf auto stellen das also sobald ein quellsignal an liegt musik gestartet wird dass das atm modul dann anspringt und aus dem standby modus wechselt das geht eben in diesem auto schalter oder man lässt es halt durchgehend an so dann gibt es die drei eingangs tinge buxen für wie gesagt drei eingangs geräte und halt ein out links und rechts jeweils logisch also ganz simpel aufgebaut für jeden glaube ich relativ verständlich ja dann gibt es verschiedene möglichkeiten dieses modul halt auch irgendwie einzusetzen also man kann das zum beispiel bei voll verstärkern oder av receivern die in der vor- und endstufe trennbar sind da kann man es natürlich optimal einfügen oder wenn man av receiver benutzt und der dann pre outs hat wo man noch eine separate endstufe mit betreibt da kann man es zum beispiel dann auch zwischen die pre outs vom av receiver und die endstufe hängen dann lässt sich zum beispiel auch die lautstärke über den av receiver weiter regeln von der endstufe die eben über die pre outs läuft und das atm modul steckt dann einfach dazwischen und dort macht man eben seine equalizer also seine wie auf den schaltern beschriebenen einstellungen das ist eine der saubersten varianten man sieht das hier am beispiel eines voll verstärkers es gibt ja auch auftrennbare voll verstärker noch wo pre outs und main in eben durch eine brücke noch getrennt werden können dann kann man es öffnen das ist heutzutage gibt es eher weniger geräte auf dem markt früher gab es mehr der ein oder andere wird sicherlich noch kennen und ja man sieht es also hier man 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 macht im prinzip die brücke auf geht vom voll verstärker pre out in einen der eingänge vom atm modul und geht dann über das über die outs wieder ins main in und die quellgeräte sind dann natürlich logischerweise am voll verstärker und werden am voll verstärker dann gewechselt das ist im prinzip der königsweg das modul ein zu binden und dann hat man ja auch sogar noch zwei separate ins hier und kann also unabhängig von dieser geschlossenen kette die jetzt im voll verstärker praktisch eingeschliffen ist kann man trotzdem hier auch noch mal zwei geräte auf in zwei und in zwei in drei noch mal separat einstellen wenn man das möchte und die man dann halt vorne am atm modul noch mal über den eingangswahlschalter wechseln kann das heißt man kann eine geschlossene kette hier betreiben oder diese geschlossene kette zum beispiel mit dem av receiver und einer separaten endstufe das könnte man hier so durchschleifen einschleifen und hat seine quellgeräte hier kann aber wie gesagt hier auch noch mal zwei separate geräte geräte anschließend beispielsweise die man eben hier drüber nicht benutzen möchte so das ist eine variante dann natürlich noch die variante wo vor und endstufen eben nicht trennbar sind dann muss man das so machen dann muss man tatsächlich mit den quellgeräten cd spieler et cetera pp direkt in die ins gehen des atm moduls und geht dann ganz klassisch hinten über den out an cd eingang also an den an den input von einem voll verstärker dann kann man halt drei quellen durch wechseln über den eingangswahlschalter am atm modul und geht ganz klassisch in den voll verstärker rein das ist eine methode wo man eben wie gesagt nicht auftrennen kann ist auch noch eine ganz simple und praktische methode in dem sinne genau dann gibt es noch diese tape monitor funktionen manche verstärker haben das ja tape in und tape out auch da wieder sieht seht ihr das hier weil da sind also wieder die quellgeräte am voll verstärker und tape in und tape out sind quasi dann die schleife wo man das wieder über die ins hier am atm modul und über die outs geht man wieder rein also auch hier wieder diese in sich geschlossene schleife und dann hätte man halt hier auch wieder zwei was sind in zwei und den in drei hier die hätte man noch mal für separate quellgeräte offen ja also ganz simpel genau betriebszustände hier noch mal wie gesagt hatte ich schon gesagt on modus auto modus eingangswahlschalter noch mal hier ist er wie gesagt mit seinen drei eingängen so und jetzt kommen wir ja zu den eigentlichen kernaufgaben dieses moduls also der bass eq regler für den bassbereich dient der anhebung oder absenkung des basspegels das erst mal so ganz allgemein gesagt so wie war das denn früher mal ganz unabhängig von nubert laut sprecher was hat man am equalizer gemacht man hat beispielsweise bei leisen lautstärken hat man zum beispiel eine eine bass boost taste gedrückt die es ganz klassisch am am vor ist am voll verstärker gab und dann hatte man bei leisen lautstärken etwas mehr was man wusste aber nicht ganz genau welche frequenzen wurden da überhaupt angehoben alternative war man hat eine gewisse frequenz sich im bassbereich genommen und hat sie halt angehoben um bei leisen lautstärken oder bei welchen lautstärken auch immer ein fülligeres klang bild zu erreichen was weiß ich irgendwo bei 40 hertz hat man drei dezibel drauf gegeben und so weiter und so fort das waren so die klassischen methoden die man früher gemacht hat und bei nubert war es so dazu zeige ich euch jetzt mal ein altes kompakt box modell von nun von nubert was es heute auf dem markt nicht mehr gibt nur noch gebraucht als beispiel jetzt mal an der nulline 32 da ganz klassische zwei wege kompakt box bass reflex und wenn man sich hier jetzt mal die daten anschaut dann sieht man so wie das eben bei jedem anderen lautsprecher der halt gebaut wird auch ist es gibt halt einen gemessenen frequenzgang der hoffentlich oder in den meisten fällen halt bei plus minus drei db angegeben wird das bedeutet schlussendlich bei zum beispiel 68 hertz wie hier angegeben bei plus minus drei db fällt der lautsprecher ab und ab dort ist der bass leiser wiedergegeben als alle anderen frequenzen die eben bei plus drei db linear wiedergegeben sind das heißt ab hier wird es leiser die box schafft das ist entweder so abgestimmt oder sie schafft es mechanisch aufgrund des chassi nicht mehr dort mit dem gleichen pegel den bass in dieser gleichen lautstärke wiederzugeben sie fällt halt ab oder durch einen filter wie auch immer oder sie fällt natürlich ab das ist ja je nachdem wie wie derjenige den lautsprecher gebaut hat auf jeden fall dieser punkt dieser punkt wurde damals von nubert erweitert mit dem atm modul in diesem fall bei der 032 wurde dieser plus minus drei db punkt auf 42 hertz also tiefer verschoben ein ganzes stück tiefer verschoben das heißt wenn man sich das mal auf einem frequenzblatt anguckt jetzt nicht auf diesen sondern mal ganz allgemein dann sehen wir das hier mal dass da komme ich nachher noch mal allgemein zu man sieht also hier ist ein ganz klassischer die blaue linie hier wir haben also irgendwo haben wir einen plus minus drei db punkt da fällt die box ab sehen wir hier jetzt beim blauen auf einer ganz normalen gemessenen ganz normale box gemessen irgendwo gibt es einen punkt hier jetzt irgendwo bei 45 hertz oder so und dann fällt die box ab und hier unten sieht man es zum beispiel bei einer standbox hier ist ja der 3db punkt etwas tiefer hier seht die blaue linie fällt später fällt später ab geht also etwas tiefer und nichts anderes ist jetzt in diesem fall bei diesem modell passiert also dieser 3db punkt wird einfach nach unten verschoben so und das muss man jetzt machen in dem moment jetzt muss man verstärker leistung hinzugeben das ist eigentlich der trick an der ganzen sache also man gibt verstärker leistung also der verstärker gibt leistung ab in diesem bereich kompensiert den pegel abfall und dann bleibt es eben hier linear und dieser lautsprecher spiel spielt auch bei plus minus drei dezibel daneben bei 42 hertz statt bei 68 so verstärker leistung wird benötigt und das chassis muss es natürlich auch mechanisch verkraften und bei den nubert lautsprechern beispielsweise damals war das so diese chassis haben das also vertragen das heißt sie haben etwas mehr hub gemacht und sie haben trotzdem nicht verzehrt das heißt chassis muss dafür natürlich ausgelegt werden weil von 68 auf 42 hertz zu gehen das ist schon ein ganzes stück und dadurch das ist jetzt eben der knackpunkt da dran war das im prinzip wie eine art tiefbass erweiterung und dadurch hat so ein kleiner kompakt lautsprecher fast schon vor allem wenn man das mit wenn man das mit verbundenen augen gehört hat wie eine standbox geklungen und man hat sich teilweise gewundert wie viel bass da rauskam auch noch sauberer bass viele leute haben solche kompakt boxen wie diese zum beispiel dann wirklich nicht mehr von einer größeren standbox unterscheiden können das ist eigentlich die kernfunktion dieses moduls gewesen und das hat nubert früher wie gesagt für alle seine fabrikate gemacht die konnte man alle eben über dieses modul dann erweitern und wie gesagt die einzige ist aber der einzige das einzige manko war man brauchte eben mehr verstärker leistung und musste ein bisschen im pegel wieder aufdrehen klar der pegel ist dann erst mal in dem moment leiser wenn man den aufdreht aber da kann man ja durch lautstärke eben wieder ausgleichen das heißt lautstärkeregler hoch es wird leistung vom verstärker abgerufen und dann ist das ganze ausge ausgebügelt das ist eigentlich so der trick gewesen wir schauen mal hier in eine alte Anleitung eines ATM moduls in diesem fall von einer 0122 auch ein altes modell was es heute nicht mehr gibt sehr großer lautsprecher der übrigens auch sehr tief von sich aus schon gespielt hat selbst ohne modul fast 40 kilo pro lautsprecher das war schon ziemlich ja kravemsmann und hier sieht man zum beispiel der frequenzgang bei plus minus 3 db gegen schon bis 37 hertz das heißt die box spielte schon sehr tief und mit atm modul hat sich dann tatsächlich sogar geschafft bis 25 herz bei plus minus 3 db eben ohne pegel abfall zu spielen da auch wieder das erfordert natürlich merklich mehr verstärker leistung aber das atm modul macht das eben in dem moment und fordert eben vom verstärker diese diese leistung ab und das sieht man hier zum beispiel auch ganz schön hier ist dann wirklich der original frequenzgang von dieser 0122 einmal mit und ohne atm und früher war das so wenn man diesen bass regler dann praktisch auf linear gestellt hat dann hat diese bass erweiterung gegriffen das heißt da wurde dieser pegel abfall im prinzip linearisiert und man sieht praktisch hier schön diese verschiebung wie der lautsprecher dann tiefer spielt und hier nicht mehr so früh abfällt bei 37 hertz sondern bis 25 läuft die roten 20 hertz hier 10.000 oder sondern mal hier die skalierung seht also das ist eigentlich der große trick das hat man früher also das steht hier auch noch mal in den alten beschreibungen so ein bisschen drin das modul erweiterte hier in dem fall den bassbereich der nur dann 122 bis auf 25 hertz hinunter minus 3 db punkt was für große subwoofer teilweise nicht selbstverständlich war dabei damals das heißt diese lautsprecher konnte wirklich schon subtonische bässe wieder geben die muss natürlich auch auf der aufnahme sein sonst hat man das natürlich nicht sofort gespürt gerade in diesem bereich wenn die box e schon sehr tief gespielt hat hat das atm modul manchmal im bassbereich nicht mehr so viel gebracht hier steht es auch noch mal das wird dadurch erreicht dass dem verstärker und das ist jetzt noch mal das technische vor allem im bereich zwischen zwanzig und etwa 40 hertz exakt der spiegelbildliche frequen frequenz gang des lautsprechers zugeführt wird das ist wie gesagt dass das das technische phänomen dahinter und das ist eben ja hier steht es auch noch mal dieses verfahren hat als einzigen nachteil einen etwas höheren leistungsbedarf genau teilweise war er schon eine ganze ecke mehr dieser leistungsbedarf aber aktuelle verstärker haben das halt also ohne probleme ausgleichen können genau mit genügend kräftigen verstärkern kann man aber die tiefbasswiedergabe der besten lautsprecher der doppelten oder dreifachen volumenklasse erreichen ohne bei der präzision die geringsten kompromisse eingehen zu müssen so war das bei den chassis damals bei nubert schon dadurch konnte man wirklich ja in ziemlich krasse tiefbassbereiche vordringen weil die boxen ist einfach mechanisch gerade die chassis auch mechanisch vertragen hatten es gibt dann noch einen rumpelfilter der im atm modul greift ob das bei den neuen auch noch so ist weiß ich gar nicht genau auf jeden fall bei diesen hier war es so dass einer der filter vierter ordnung unterhalb 19 hertz noch mal eingebaut war ganz klassischer rumpelfilter halte so dass die impulsverarbeitung noch mal ein bisschen stärker wurde und im bassbereich eben nicht so ja nicht hörbar eingeschränkt war machen viele leute ja auch irgendwie wenn sie wenn sie irgendwie selber bei subwoofern zum beispiel rumpelfilter einstellen und so weiterer genau ja das ist erst mal so diese grundsätzliche erklärung zu dem bass regler so wie ist das nun mit dem bass bei bei ja fremdfabrikaten jetzt ist das ja so früher war jedes atm modul also jedes atm modul kannte den frequenzgang seines entsprechenden nubert lautsprechers also die waren ja alle unterschiedlich wie gesagt hier zum beispiel bei der null an 32 waren es diese 68 herz hier waren es die 37 herz das heißt atm modul kannte den frequenzgang und konnte genau das spiegelbild dazu dann geben um eben die tiefpass kompensierung ja um tiefpass zu kompensieren und eben dann auf auf 25 herz oder hier auf 42 zu gehen so war das jetzt bei jedem modul man konnte jedes modul einzeln kaufen aber warum wie ist denn das jetzt bei fremdlautsprechern bei fremdfabrikaten weil das atm modul kennt ja den frequenzgang des lautsprechers des des fremdherstellers gar nicht naja gut das ist eigentlich auch relativ einfach gelöst und zwar deswegen hat man ein kompaktbox atm modul auf den markt gebracht und eben ein standbox atm modul und hier müsst ihr euch das jetzt mal ganz genau angucken bei dem atm bei dem kompaktbox atm modul ist die linearstellung des schalters hier im blau auf einen bestimmten wert eingestellt logisch muss es ja weil es den frequenzgang des anderen lautsprechers nicht kennt und hier ist natürlich bei dem standbox ein bisschen tiefer ich denke es ist irgendwo ein wert hier sind es vielleicht ja 50 weiß jetzt gar nicht 45 hertz oder so und hier sind wir irgendwo schon bei 35 oder so das heißt man muss irgendwo ein mittel nehmen und darauf hoffen dass ein ein lautsprecher ein kompakt lautsprecher eines fremdherstellers ungefähr auch hier seinen eigenen minus drei db punkt hat wenn man das jetzt anschließt und auf linear stellt und dieser kompakt lautsprecher kann zum beispiel nur ich übertreibe jetzt mal er könnte nur bis 100 herz bei plus minus drei db und würde vorher abfallen dann würde das kompaktbox atm modul natürlich auch diesen kompakt lautsprecher der nur bis 100 herz bei plus minus drei db läuft würde ihn natürlich tiefer erweitern auf eben die hier im blau dargestellten 45 herz aber die meisten kompakt lautsprecher auch von fremd fabrikaten sind ja ungefähr in diesem bereich das heißt wenn ich das atm modul dort anschließe dann habe ich auf linear normalerweise keine tiefpass erweiterung weil ich ungefähr im gleichen bereich bin vielleicht minimal das heißt so wenn ich das atm modul auf linear anschließe passiert erstmal fast nichts außer dieser kompakt lautsprecher ist eben so kompakt dass er das nicht in dem sinne kann dann muss ich natürlich wenn der dann da zum beispiel übersteuert oder so dann muss ich halt direkt am regler runtergehen hier also die grüne kurve machen und am atm kompakt modul halt runter stellen jetzt ist natürlich so dass man bei fremd fabrikaten höchstwahrscheinlich keinen lautsprecher findet der dann so schlecht ist und das hier auf der linear stellung nicht passt er nicht packt und das krasseste ist natürlich dann wenn man halt auch mit dem stellung auf max geht also wenn man sich dann noch boost oben reingibt soll das sieht sieht er hier also ihr seht auch das geht dann nicht viel tiefer in diesem fall sondern es wird eher lauter im bass in diesem bereich aber aber die die erweiterung geht nicht noch tiefer hier rüber sonst würde ja diese rote kurve noch weiter hier nach links gehen das heißt hiermit mache ich mir dann im prinzip auch bei der kompakt box wenn ich gerade abends leise hören will mache ich mir meinen bass boost rein das ist das schöne an diesem modul und das ist hier eigentlich sehr gut veranschaulicht und wenn man das sonst jetzt hier bei der standbox angucken dann müssen wir davon ausgehen dass das fremd fabrikat ungefähr ja wie gesagt auch so plus minus drei db vielleicht so bei 35 37 hertz abfällt wenn das modul angeschlossen wird dann und auf linear steht dann wird wahrscheinlich erst mal keine tief bass erweiterung stattfinden sollte der lautsprecher aber wie gesagt schon auf seinem datenblatt früher abfallt dann habe ich schon direkt selbst auf linear diese kleine erweiterung ich hoffe ihr versteht das so ein bisschen technisch und wenn ihr aber merkt das ist schon zu viel in linear dann müsste halt ein bisschen runtergehen hier aber wie gesagt ich denke dass viele fremdfabrikate halt auch sehr gute chassis haben keine verzerrungen und so weiter zeigen und das hier alles locker packen sollten und wenn ihr dann eine schippe noch drauf legen wollt dann könnt ihr halt auch bei dem atm modul für die standbox hier noch mal richtig einen reingeben und euch da im prinzip einen richtigen bass boost noch mal holen alles was sich aber hier in diesen bereichen blau und grün bewegt das ist ja eben eher was lineares soll und nichts was irgendwie und da waren auch so ein paar fragen hatte ich gesehen unter dem video von demi ja was wird denn da so im bass dann genau gemacht und so also ihr seht es hier das ist eigentlich nur eine erweiterung das ist auch keine verfälschung oder eine veränderung Es ist keine keine wie soll ich sagen keine verfälschung der abstimmung des lautsprechers in dem sinne weil ich einfach nur im plus minus drei db punkt im ding etwas mehr pegel gebe und einfach den tiefgang nach unten erweitere erst wenn ich mich in wie gesagt in diese bereiche des roten bewege mit dem regler dann könnte man vielleicht vom sounding oder boosting sprechen aber alles was sich bis hier so bewegt ist eben das schöne ist es eigentlich eine neutrale bass eq regelfunktion anders kann man das gar nicht beschreiben ja das ist im prinzip der bassbereich dieses die 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 bassfunktion dieses moduls so und dann hat es gibt es natürlich noch eine mitten und höhenregelung ja wie funktioniert die also beim klassischen die verstärker wenn man früher mitten oder höhen eingestellt hat dann hat man sich auch wieder irgendeine frequenz rausgenommen dreieinhalbtausend herz 4000 herz 600 herz was auch immer hier plus 2 db da minus 3 db und hat dann da so ein bisschen rumgespielt und hat sich das eingestellt hier ist das so hier ist das ganze hier ist der mitten höhenregler eine klangwaage was bedeutet das im prinzip wenn dieser schalter auf linear steht dann kommt das aus dem lautsprecher wie der lautsprecher abgestimmt ist und was der raum eben ein dazu beiträgt und das was am hörplatz ankommt so kommt es an das heißt wir haben kein sounding auf linear und jetzt kommt das und diese frage kam auch in den kommentaren bei dem ja wie ist denn da die beeinflussung bei dem mitten und höhen was was genau macht denn macht denn dieser schalter und das muss ich jetzt erklären es ist eine vage das heißt dieser regler soundet nicht die klang charakter die klang charakteristik egal welcher lautsprecher eigentlich dran angehangen wird auch wenn es ein hornlautsprecher oder sonst irgendwas ist die ändert sich nicht weil das modul den gesamten mitten höhen bereich anhebt oder absenkt das seht ihr hier an der roten linie und an der grünen das ist hier jetzt natürlich nur das modul deswegen sind diese kurven hier gerade aber ihr habt ja wenn lautsprecher dran angeschlossen ist habt ihr ja höhen und tiefen und halt hier das ganz normale ja frequenzgang profil des lautsprechers und wenn dieser lautsprecher ein hoher ein ein hoher charakter hat dann wird er sein hoher charakter behalten weil der gesamte frequenzbereich der mitten und höhen angehoben oder abgesenkt wird und das ist das schöne an dieser einstellung ihr behaltet im prinzip die klang eigenschaft eures lautsprechers bei aber und jetzt kommt das eigentliche der eigentliche sinn ihr könnt zum beispiel damit aufnahmen entschärfen die einfach von sich aus schon viel zu scharf aufgenommen sind oder wo eure raumakustik dann limitiert also aufnahmen die ihr sonst nicht anhören könnt weil sie einfach zu schrill sind die könnt ihr damit ab senken aber die grundtonalität des liedes des liedes des songs bleibt komplett bestehen und das ist halt der große unterschied im gegensatz dazu wie wenn ihr einzelne frequenzen nur verbiegen würdet und sagen würde da ist jetzt irgendwie was schrill ich muss jetzt bei 4000 hertz 5 dezibel rausnehmen nein das ist es nicht und das macht dieses modul auch einzigartig im vergleich zu normalen eq reglern man kann sich natürlich mit normalen eq reglern auch irgendwie seinen klang zurecht machen aber das schöne ist hier ihr könnt einfach aufstehen ans modul gehen und sagen oh die aufnahme ist mir doch jetzt irgendwie zu harsch oder zu zu laut in den ohren oder zu anstrengend dann senke ich einfach ein bisschen den mitten höhen regler ab und die grundcharakteristik des klangs bleibt erhalten das hat bei nubert laut sprecher natürlich super funktioniert und das funktioniert aber bei fremd laut sprechern genauso weil sich ja technisch am modul nichts geändert hat und genau das ist eigentlich würde ich sagen der kern den man vielleicht mal so ein bisschen rüberbringen muss damit man das versteht und das ist eine wunderbare sache wenn man abends musik hört und man weiß ja zum beispiel auch irgendwann welche titel sind wirklich so nervig oder sind übersteuert aufgenommen dann weiß man schon okay wenn ich gleich das lied höre dann gehe ich eben kurz nach vorne ans atl modul und macht das eben zwei drei dinge runter und schon ist meine aufnahme oder ich habe ein ganzes album was vielleicht insgesamt etwas nervig ist dann stelle ich mir das ding hat einfach ein und lasse das so oder ich höre allgemein einfach ein bisschen immer leicht reduziert wenn ich nicht ständig dran rumdrehen will oder ich habe also das ist so ein bisschen je nach gusto wie man das so so mag also das da muss man muss ich schon oder man sollte sich natürlich schon ein bisschen mit dem modul dann auseinandersetzen und das hat natürlich auch ein bisschen benutzen benutzen viele lassen das dann einfach auf linear benutzen das alles gar nicht aber ja und ja und dazu kommt noch ein kleiner anderer effekt und der hatte sich zumindest damals hatte der sich bei nubert lautsprechern eingestellt auch wenn es eigentlich von den messdaten her und von dem wie das wie das modul also zum beispiel wenn das modul jetzt frequenzgang logischerweise des atm moduls ist einfach gerade die verzerrungen sind ja hier fast nicht messbar das heißt eigentlich wenn man es technisch betrachtet hat das modul eigentlich keinen einfluss wenn es in neutral positionen steht aber durch diese leichte tiefpass erweiterung oder allgemein weil das modul angeschlossen ist wie gesagt das ist jetzt nicht 100 prozentig technisch belegbar in irgendeiner form aber es ergibt sich wenn man so ein modul anschließt zumindest war es bei nubert lautsprechern so es hat sich immer ein kleiner ganz ganz leicht im klang eine leichtere offenheit des klang bildes gebildet mit dem atm modul wenn man wie gesagt ein bisschen mit der klangwaage gespielt hat der sound war das ist vielleicht das einzige wo man jetzt vielleicht sagen könnte ist es sounding nein eigentlich ist es kein sound in technisch eigentlich nicht aber es gab früher im nubert forum sehr viele berichte dass wenn das atm modul angeschlossen war ist eine minimale verbesserung im bezug jetzt auf auf freistehende instrumente und und so einer gesamtheit des des offenen klang bildes irgendwie gab wahrscheinlich ist es ein hörakustisches phänomen das sich möglicherweise durch diese tiefpass erweiterung ergibt so meine einzige erklärung dazu auf jeden fall beziehungsweise wenn man diesen gesamtfrequenzgang im mitten und hoch hochton bereich ein bisschen abgesenkt hat oder so dann hat sich trotzdem so eine wie gesagt so eine so eine leichtere etwas also wirklich nur im minimalen bessere plastik plastizität von von instrumenten und so weiter ergeben zumindest war das bei nubert lautsprechern immer so wie das bei fremdfabrikaten ist kann ich nicht sagen aber diesen effekt haben sehr viele leute etwas empfunden was aber wie gesagt kein sounding in dem sinne war sondern wirklich was ganz leichtes angenehm ist was ich einfach per se durchs modul ergeben hat aber wie gesagt das lässt sich messtechnisch eigentlich nicht so wirklich erfassen und das konnte auch irgendwie damals im forum auch günter nubert oder so keiner konnte das so richtig dann irgendwie noch mal technisch genau beschrieben beschreiben ich meine stand auch hier noch irgendwo in der in der ähm genau hier steht das auch noch mal in einer alten beschreibung drin immer wieder erstaunlich aber absolut reproduzierbar ist außerdem eine merkliche verbesserung des höhereindrucks ähm in hinsichtlich räumlichkeit obwohl man als techniker geneigt ist keine querverbindung von räumlichkeitseindruck und tiefbass wiedergabe zuzulassen das ist es vielleicht also instrumentendarstellung ähm vielleicht das falsche wort das modul an sich sobald es mit wie gesagt mit mit dieser basssteuerung angeschlossen wird verbessert es ein ganz ganz minimal den räumlichkeitseindruck der lautsprecher das kann man auch noch als kleinen als kleinen vorteil sehen der aber wie gesagt irgendwie nicht ganz also wie gesagt reproduzierbar war das immer aber irgendwie technisch nicht hundertprozentig darstellbar obwohl gerade nubert ja immer immer sehr genau ist wenn es um so technische dinge und so geht eigentlich muss sich immer alles erklären lassen aber dieser effekt war halt irgendwie nie so richtig erklärbar er war einfach da ja das ist im prinzip das atm modul in seiner ganzheit erklärt eine sache kann ich noch kurz zeigen und zwar bei einer aktuellen box bei nubert weil es gibt ja heute nur noch zwei atm module die ja wie gesagt für nubert lautsprecher und fremdfabrikate benutzt werden können was sich bei nubert geändert hat die ganzen atm module von früher sind ja alle rausgeflogen es gibt also keine spezifischen atm module mehr für die jeweiligen boxen heute zum beispiel also hier nochmal als beispiel hier war die die alte nu line 32 die man eben hier erweitern konnte im tiefpass und bei den neuen bei der nu line 34 zum beispiel da ist das jetzt so da hat man es auch nicht mehr mit reingeschrieben dass man den frequenzgang erweitert sondern die hat man den frequenzgang an sich schon einfach tiefer abgestimmt also hier ist die die box ohne atm modul schon ja bei 48 herz hier bei 48 herz abgestimmt im vergleich zu dem vorgänger modell was eben bei 68 war also die hat man einfach an sich tiefer abgestimmt und diese chassis sind von sich aus schon einfach im hub dann erweitert lang ob schass ist wie auch immer die spielt an sich schon einfach eine ganze ecke tiefer das hat man wie gesagt warum auch immer man das abgeschafft hat aber auch hier könnte man jetzt natürlich ein modul dranhängen und könnte da auch noch mal zumindest sich ein bass boost rein machen aber keine extreme tiefbass erweiterung mehr weil hier ist jetzt quasi das modul schon im lautsprecher durch die tiefere abstimmung integriert in dem sinne also es gibt diese bass erweiterung in dem in dem fall nicht mehr bei den ganzen aktuellen ubert stand lautsprechern ist das auch so die wurden auch alle per se schon mal von sich aus tiefer abgestimmt und lassen sich dann durchs modul nicht wirklich noch tiefer abstimmen weil sie schon extremst tief abgestimmt sind genau also das wollte ich noch mal zeigen das hat sich also heute bei nur welt lautsprechern auch so ein bisschen geändert ja das waren meine ausführungen zum atm modul mal sehen ob es ich werde es dem hier auch mal schicken mal gucken vielleicht kann auch ein bisschen was technisch mit anfangen und ihr könnt euch ja das video beim dem ich noch mal anschauen aber das war mir dann doch technisch etwas zu wenig und deswegen musste jetzt mal ein kleines video dazu kommen aber in jedem fall wie gesagt positive kritik und so ist ja auch immer gewünscht hoffe ich genau und damit verabschiede ich mich in dieser folge und bis zum nächsten mal und dann und 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 und